Wir sind überzeugt, dass die gesellschaftliche Nachhaltigkeit für die zukünftigen Generationen eine wichtige Rolle spielt. Und da spielt auch unser Aufbereitungsprozess eine wichtige Rolle, die für die Nachhaltigkeit, für die Zukunft sorgen. Die WBZ ermöglicht uns regelmässige Arbeit zu haben, damit unsere Klienten wie am ersten Arbeitsmarkt arbeiten, arbeiten erledigen, eine Wertschätzung bekommen und sich einen kleinen Lohn erwirtschaften können. Das heisst, sie haben eigentlich die gleichen Aufgaben wie wir auf dem ersten Arbeitsmarkt. Sie tun etwas erledigen, sie haben eine Arbeitszeit, die sie einhalten müssen und kommen den Lohn. Das ist viel wert. Ich glaube, die Wertschätzung ist das Wichtigste. Wir träumen von einer Welt, in der Integration, Inklusion und Gleichberechtigung im Alltag wird und in der wir Menschen mit und ohne Beträchtigung gleich integrieren können. Mein Name ist Gregor Roth. Ich bin Teamleiter der manuellen Produktion der ZUWB. Mein Name ist Andrea Kuster. Ich bin verantwortlich für Kommunikation in der Stiftung ZUWB. Mein Name ist Peter Hagenbauer und ich bin verantwortlich für den Aufbereitungsprozess. Ich bin Teamleiter der ZUWB.